ich habe zuerst das vorderstück gehäkelt von dem kolunderkleid dann habe ich ein ärmel hoch das ist die schulter das ist der ausschnitt und dann bin ich hinten zum rücken zum schulterbereich das sind die schulter und jetzt werde ich schmäler in den hinteren brust herzbereich und das ist dann praktisch zu und ich gehe runter bis runter hinten und dann an den seiten hoch und mache noch diese schulter